hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge tier down also wenn ich das richtig sehe muss ich nur in anführungszeichen den turm da oben springen ja kein zeit limit das ist sehr schön nur erstmal hochkommen ich habe doch bomben aber rohrpomben normale bomben ja das bringt gar nichts es tut aber gut eine mission ohne zeit limit aber ich schaue erstmal hier noch nach kohle der hier anfangen hier irgendwo was rumfliegt da komme ich eher nach oben doch nicht gar nicht so einfach weil das alles aus stein ist oder oben war doch eigentlich auch immer zeug ist nix leider nicht komme ich da nicht raus auch nix dem haus oder in dem hier vielleicht noch immerhin 60 dollar noch nix also nicht immer alles kaputt hauen die bilder sind auch teilweise die steuer jetzt nicht mehr so da gab es nichts mehr das kann man auch nicht mitnehmen da war auch nix da schaue ich hier noch mal also geld mäßig ist ja echt sind nicht mehr nicht schlecht aus hier mit geld also ich nehme mal den kran hier mit so hier nochmal den kran hier mit Okay, jetzt geht es dir in den Graben. Wir sind da drüben, da so offen aus. Wasserkraftwerk. Leicht, wenn ich unten anfange. Weiche mal, was passiert, wenn ich da drauf schieße. Gut, da explodiert nur das. Ja, alles klar. Rohrpompe. Normale Pumpen. Oh. Uh, das reißt aber ganz schön auch rein. Vielleicht doch oben damit anfangen. Äh, von dem Gebäude. Jetzt könnte ich ja theoretisch mal hier eine Pumpe hinschmeißen. Da hin machen. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Da muss nur da drüben noch eine hin. Psst. Gut, das ist auch schon mal weg. Ah, schnell weg. Ah, shit. Licht ist hier komisch drauf. Hätte ich vielleicht doch unten anfangen müssen. Ah. Vielleicht jetzt mal hier mit dem Lader hier rein. Die Schaufel ist auch schon weg. Die Schaufel ist auch schon weg. Ich muss ja nur unterhalb von der Grenze fallen. Jetzt schmeißen wir noch ein paar Bomben da rein. Kann natürlich sein, dass es da oben auch noch fest hält, das Ding. Okay. Jetzt ist es noch mal da unten. Ja, komm Kipp. Jawoll, jawoll, jawoll. Jawoll. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Nicht. Das Ding ist auch so im Arsch. Hat es denn überhaupt aus? Naja. Höhen sieht es nicht aus, aber es ist unten. Na gut, wie es hier in dem Spiel weitergeht, seht ihr, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Aber dann gibt es schon mal eine Exdecke. Das wäre dann meinabetes settlen. Ja, das ist das Grund. Nein. Also das ist das Problem.